Ich bin Igor Öp. Ich komme aus Deutschland. Ich habe seit 20 Jahren dort gelebt. Jetzt bin ich hierher umgezogen komplett. Kommen Sie ursprünglich aus der Ukraine oder aus Russland? Nein, aber bin ich Russlanddeutscher. Aber jetzt seit fünf Jahren bin ich oft da und jetzt wollte ich mich komplett hierher umziehen und hier wohnen. In Baktschisaray? In Baktschisaray direkt, ja. Und warum? Weil da gefällt mir alles. Einfach alles, also Wetter, Berge, Meer und die Leute. Okay, Sie sind hier neu, aber trotzdem können Sie vielleicht Ihre Meinung sagen, wie ist das seit den letzten fünf Monaten? Also die Krim ist jetzt Russisch. Was ist anders, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden? Ich wollte mal sagen, es ist viel, viel besser geworden. Seitdem ist Russland nach dem Referenten, hier ist alles geändert. Zum Beispiel die Preise. Jetzt ist alles billiger geworden. Billiger? Billiger geworden. Zum Beispiel die Rentner, die bekommen mehr Renten, äh mehr Rente meine ich. Dann Kindergeld oder so. Die bekommen, die Leute bekommen auch mehr. Jetzt, vor kurzem bin ich durch die Ukraine hierher gefahren. Das ist alles teuer dort. Sogar die Sprit meine ich, ne? Und die Lebensmittel auch. Hier ist viel günstiger und hier sind freundliche Leute. Also... Aber ist es nicht komisch für Sie, das war ein Teil der Ukraine und auf einmal ist das Russland? Nein. Weil früher, früher... Ja, ich war in der Armee auch hier in Sevastopol. Das war auch in der Ukraine, früher mal. Aber die Gesetze, die es hier gibt, das ist eine Katastrophe. Das wollte ich ehrlich sagen. Die Bürokratie hier, das ist auf der ersten Stufe, was gibt. Das fängt an von der Grenze. Wenn du durch die Polen kommst, dann fängt an. Überall, überall. Und wie ist die Stimmung hier in Dr. Sarai, Ihrer Meinung nach? Was sagen die Leute, also die Mehrheit? Okay, zum Beispiel, ich sag mal, wann war hier die Referendum? Ich war auch da. Bin ich neutral, sag mal so, ne? Ich bin extra hierher gekommen, zu gucken, also was da läuft überhaupt. War ganz, ganz viele Leute da. Ich wohne, also daneben, wo die Gebäude, wo das Referendum war. Bin extra, da war Regen. Da war so ein... Also so ein Wetter war, also Regen und so weiter. Bin ich extra gekommen, ich hab das alles gesehen. Die Leute waren so zufrieden, also die älteren Leute, also mit Regenschirm ist gekommen, also. Also, nachdem war ein Fest gefeiert. Auf dem Platz da, da wo die Lenin steht, sag mal so. Ja. Aber hier steht noch der Lenin, hab ich ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben nur Pushkin gesagt. Lenin steht auch, in der Mitte, in der Stadt. Weil denn die Ukrainer wollen ganz viele nicht, dass die Lenin... von mehreren Jahren vor. Okay, und jetzt abgesehen von der Krim, Ihrer Meinung nach, wie kann der Konflikt im Osten mit der Ukraine gelassen werden? Meine Meinung ist das so. Zum Beispiel, so wie in Italien war. Die wollen das auch teilen. Die haben ein Referendum gemacht, geteilt und leben in Freundschaft. Friedlich, ne? Zum Beispiel, die von Donbass und Lugansk, die haben das gesagt. Wir wollen nicht mit den Ukrainen zusammenbleiben. Wir wollen unsere eigene. Das finde ich richtig. Weil, was macht die Ukraine überhaupt jetzt? Sie schießt eigene Leute, also. Das ist nicht richtig. Das finde ich nicht richtig, also. Das ist meine Meinung. Und so wie ich, also, per Internet mit meinen Freunden aus Deutschland, also auch Gespräche führe, genau das gleiche Meinung haben die. Und mehrere Leute wollen schon von Deutschland irgendwo hier nach Krim oder nach Russland umziehen. Ach, echt? Ja. Die Deutschen oder die... Russlanddeutsche. Russlanddeutsche. Und vermissen Sie Deutschland? Nein. Nein. Ehrlich gesagt, nein. Weil, okay, ich habe dort gewohnt, da hat mir alles gefallen. Plus, irgendwie, verstehen Sie, mir gefällt hier. Also, bin von Kasachstan durch sehr warm, gutes Wetter war. Hier genauso. Zum Beispiel ist diese Zeit, sag mal, ja, Hamburg oder so. Also, hier ist es viel kälter als hier, zum Beispiel, ne? Deswegen, also, mir gefällt hier Wetter, Leute und alles, was hier gibt es, also. Wetter. Wetter. Wetter.